Haben die alle jetzt so Videos gemacht? Nein. Nein. Was ist das? Herr Nicky wollte, dass ich mir so ein Video von ihm reinziehe. Aber das würde ich halt außerhalb des Streams machen. Es sei denn, dass irgendwas besonderes. Ja, das heißt... Nein, nein, Freunde. Soll nicht falsch verstehen. Okay. Würde ich 18, Freunde. Hä? Ich dachte echt, irgendwer ich bin 18? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Oder erstmal verbinden. Schau mal in den Reddit. In welchen Reddit? Sascha claimt doch nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin immer sehr vorsichtig. Okay, Mario Kart ist ja drin. Mario Maker. Ja, kann man auch noch reinpacken? Das ist bestimmt funny. Ey, da kann ich auch mitspielen, oder? Ähm... Klar, oder nicht? Online weiß ich gar nicht. Ich hab's halt nicht, ne? Karut ist schon drin. Ah, ne, ist noch nicht drin. Manon, mach's gut. Manon, ha rein! Schön, dass du dabei warst. Und Janni, welcome back! Okay, ich glaub fünf Vorschläge reichen, weil ansonsten, äh, ist es too much. Ey. Sieh, man. Ist aber ziemlich böse. Warte, David. Hat verloren, also muss ich jetzt... Ja, Chris, ich hab echt verloren! Und Dustin, was geht? Schön, dass du hier bist. So, benutzt die Straw Paul. Und jetzt spamme ich noch meine eigenen Emotes rein. Ne, blöd. Das ist halt der geilste. Das ist ja der geilste Emote. Aber am meisten Stil hat halt der Kotflügel. Finde ich. Ja, der Kotflügel aus Stil. So, Ergebnis. Okay, Karut hat schon drei Votes. King C, mach das mal. TK Pizza ist das best, was es gibt. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. So! Dann ändern wir das Ganze auch nochmal ab. Wir können hier vorüber Vollbild machen. Auf Profes- Professional Basis. So, Profes- Professional. Profes- Sch- Sch- Schnell. Mmmmmmm, Kahoot, Alter. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Das ist David-Chris. Und wie viele Leute davon Ahnung haben. Wie finde ich das? Boah, das Hubi-Chris gibt's auch schon. AAH! Da ist er, Junge. Okay, vier Fragen. Vier Fragen? Okay. Let's go. Cool, cool. Let's go. Let's go. Okay. Das David Quiz von... Ach, das ist von Peter. Wer ist denn das? So ein Zuschauer. Nice. Okay, let's go. Wann hat David sein erstes Video hochgeladen? Auf diesem Kanal? Ach du Scheiße. Ja. Na, da muss ich auch erstmal überlegen. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Simon, was geht? Bekommen Stream. Ey, das sind viel zu viele Sekunden. Nee, aber wenn alle voll haben... Ja, wenn alle voll haben, skippen wir das. Ja, ich habe eine Deckenlampe, was geht? Bekommen Stream. Nee, ich habe eine Vermutung. Ja. Ja, 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 habe ich auch richtig. Nice. Ich auch. Okay. Warum? Weil ich ein übelster Kenner bin. Ich bin schon seit drei Monaten auf deinem Kanal Mitglied. 1999. Safe. Okay. Ja, Nina, ich stehe sehr oft hinter David. Also das ist... Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Kein Problem. So, let's go. Was ist die nächste Frage, Freunde? Double Points. Wann hat David den Kanal gestartet? Wann hat David den Kanal gestartet? Oh, Edi, ich glaube, das merkt man sich einfach nicht. So mit der Freundin, wenn man das erste Mal in eine Beziehung kommt vielleicht. Aber... Hau rein, Homie. Kai, hau rein. Schön, dass du dabei warst. Ah, Jasmina hat wieder gedisliked. Habe ich mein erstes Video? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Ne, leider nicht, leider nicht. Das wäre chillig. Oder geht das? Ich meine, das geht tatsächlich. Okay, Double Points. Multi-Select, was bedeutet das denn? Wie viele abonnieren hat David? Wie viele abonnieren? Das ist ja schrecklich, das kann ich doch gar nicht wissen. Das kannst du gar nicht wissen. Wann hat er das Chris denn gemacht? Hast du mal letztens nachgeschaut, ob jemand schon Chris für dich gemacht hat? Können nur zwei Antworten sein. Das können nur zwei Antworten sein. Ich hoffe, da kommt so eine Frage, wie alt war Davids erste Folgen? Ne, sowas kommt nicht. Ah, wo ist denn die Mucke? Autoplay bitte. Ne, das hat man ja schon. Achso, achso, ah, Hilfe! Ich möchte die Mucke hören. Okay, Freunde, beantworte die Fragen. Simon, gleich, gleich kann man den Link schicken. Aber der Link ist wie immer so, gerade hast du Arsene mehr aufgenommen. Lass das gleich auf Twitter hoch. Nice, können wir uns gleich noch reinziehen. Alter, das werde ich mir zum Einschlafen gönnen, Bruder. Safe. Ich finde, wir können uns gleich noch Best-Offs oder so anschauen. Das ist ein cooles Best-Offs von dem Richcraft-Projekt hochgekommen. Einer muss nur antworten. Aber wir machen gleich erst noch Posties, ne? Ja. Easy, richtig. Der eine, der will uns, glaube ich, immer trollen. Der wartet extra. Damit das viel länger geht. Wollte nicht. Achso, wir können skippen, sind ja schon 20. Ja, ja, guck mal. Ja, beides war richtig, habe ich auch, habe ich auch. Easy, tamam tamam. Aber ich bin nicht unter den Top. Der Stecher, einer, wir sind der Stecher. Vielleicht bin ich ja auch gar nicht stecken. Vielleicht hat mich jemand gefällt. Wer weiß. Wer weiß. Eure Meinung zu F-Plus? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Oh, das kann man gar nicht auf jeden Fall mal beantworten. True or false? Das ist ja voll easy. Ist David... Das ist doch gerade lächerlich. Ja, mal gucken. Wer ist das? Ist doch auch ein YouTuber. Haben die alle jetzt Videos über dich gemacht? Nein. Nein. Westos? Nein. Was denn? Ja, Niki wollte, dass ich mir so ein Video von ihm reinziehe. Aber das würde ich halt außerhalb des Streams machen. Es sei denn, dass irgendwas Besonderes... Ja, das heißt... Nein, nein, Freunde, es soll nicht falsch verstehen. Okay. Bin ich 18, Freunde. Ich dachte echt, irgendwer, ich bin 18? Boah, das ist eigentlich ein Kompliment. Nein. Klar. Das sehe ich aus wie ein Milch-Bubi. Alles klar, Fausti. Guten Appetit auf jeden Fall. Guten Appetit. Ja, das David-Chris-Podium. Guck zu. Jakob, Platz 3. Und Platz 1. Der Stecher. Naja. Äh, finde es echt schade, dass du so viele Abonnenten hast, aber so wenige... Edin, das ist voll normal, die Zahl tatsächlich. Du musst immer überlegen, in Livestreams sind viele nicht dabei. Vor allem heute Freitagabend ist generell immer eine Zeit, wo wenig Leute dabei sind. Ja. Also ich finde es heftig, wenn über 100 Leute schon dabei sind. Ohne große Ankündigung. Ich finde auch gerade so die Zeit 19 Uhr, halb 8 ist halt immer so eine Zeit am Freitag, wo die meisten Leute schon irgendwo hingehen oder irgendwo sitzen. Ja, eben. Eben. Wir sind ja gleich auch unterwegs, also von daher ganz entspannt. Genau, auch Studententhema müssen wir nicht noch ansprechen. Ja, ja, genau, ganz wichtig. Auf jeden Fall zum Thema Freundschaft plus, das wurde ja vorhin angesprochen. Also ich muss sagen, ist natürlich Geschmackssache, aber Freundschaft plus ist halt wiederum der Vorteil, wenn man sagt, yo, ich möchte keine Beziehung, aber den anderen Teil einer Beziehung, das Bestäuben der Blüte, möchte ich ganz gerne haben, ist es halt die perfekte Option. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Also ich persönlich finde es... Also, ich persönlich kann ich auch mal sagen. Hübi, der Gangster, der ab und an sein Tanzbein schwingt. Ich weiß nicht, wie seid ihr denn? Bis zum nächsten Mal.